Ach, und weil wir ganz viel Langeweile haben, gehst du auf den Level 7? EFX, das war wohl nix. Schauen wir mal, was jetzt für ein Level auf uns wartet. Ich muss zurückgeben, ich kenn zwar die ganzen Levels von Ultimate Doom. Ah, ja, das Level ist cool. Also ich persönlich mag's. Wobei ich das noch nie mit Project Brutality durchgespielt habe. Mal gucken, wie das wird. Mal gucken, wie das wird. Der rät genau in die Schutzrichtung, in die ich schießen möchte. Ist aber lieb von ihm. Und ja, da ich das Level mag, heißt ich nicht, dass es leicht ist, sondern ist es im Detail auch eher schwer. Aber ich mag halt die Architektur so. Was? 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 Oh man. Hä, das ist doch nichts, was ist denn das, was ist das, was ist gerade? Mal wieder gehen! Oh, Alter! Wow, ich bin fast so. Oh, das klingt nervöser. Das ist so ein, äh, 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 ja, wie sagt man, also, gibt's gar nicht im Echten, das Ding wirft praktisch, äh, so eine Dinger, die sich durch den Boden kramt, kann ich euch mal kurz ganz gut zeigen, da. Na gut, da war es gerade der Gegner, die Ding, krebs dich praktisch durch den Boden, bis du auf den Gegner trifft. Das ist schon nice. Er wurde... Hä? Ach, da... Ah, ja, wir sind fast tot. Wow. Wow. Wow, das wäre ein Fall frischstot gewesen. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier hin? Oh, was ist da hin? Ich kann ihn kaputt schießen. Wobei, auch... Ich glaube auch nur bei manchen Maps... ...da wäre Poliz... Ach so... Was? Was denn? Oh, Alter, Leckumilo! Oh, ist da noch einer! Boah! Ich bin nicht! Ich halte mir das Licht ein! Ich halte mir das Licht ein! Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Ah, die da oben, die hat mir Spaß! Oh, Gott! Ich hab Angst! Gut! Hä? Ja, klar! Dann nutze den Ding einmal durch die Luft hindurch! Ja, fuck you! Jetzt kriege ich die unten rüber vom Feld! Oh, oh, oh! Na komm, geh hoch! Dankeschön! Da nee! Na ja! Na ja! Oh, okay! Ja! Na ja! Na ja! Na ja! thatraten! Ja! Ich hab Croo! Ah... So, dann müssen wir runter... Ah, tschau, tschau... So... Hier gab es auch wieder gute Fälle, ich glaube Dieter... Ja... Oh... Oh... Halt ich jetzt... Ach du... Lass mich pausiert sein, du Arsch... Ah... Da müssen wir einfach hin... Gut... Waren haben wir noch nicht? Wenn wir jetzt ein Zielchen suchen müssen... Ah, genau so war das... Well... Waren wir jetzt da hinten hin, gehen und öffnet sich nämlich hier eine Tür... Doch nicht... Auf jeden Fall jetzt hier eine Tür und wir darf in den Gegend ein... und die aus Verzüchung fahren... und für deinem Rücken... Ah, okay... Ganz nett... Oh Gott, es ist gar nichts mehr... Ähm... Warum kann ich vielleicht bleiben? Na genau... Machen wir alle platt... Die rechnet wirklich nichts mehr... Hallo? Ach da... Ah, genau... Weil sich das Ding berühre, öffnet sich hier draußen... Dieser Ring, der von China so hellblau ist... Und da kommt natürlich der Gegner... Deswegen rollt Ronny ganz ganz schlau... Und renn einfach raus! Hallo? Ja... 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 Genau... Dankeschön. So. Ah, komm mal her. Boah. Ah, Leute. Leute, ich verrenziere. Noch haben wir keinen Minigun Upgrade. Und jetzt, ladies and gentlemen. Ich sag mal so. Das rafft schon. Leider ist der verbrauchte Munition dabei auch sehr hoch. Aber für so ein paar gewisse Gegner lohnt sich das dann wahrscheinlich doch schon. So, das Ding merken wir uns hier mal. In der Hoffnung, dass ich das auch schon mal schaffe mit dem Merken. So, jetzt haben wir die blaue Karte. Mit der blauen Karte Munition nach oben, nach da und dann nach da. Jetzt die rote Karte. Ach, das wird vollkommen übersehen. Oh. Äh. Ach, da geht's hin. Jetzt haben wir alle Schlüsselkarten schon mal. Äh, Quatsch. Alle, ähm... Alle... 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 Alle in der Nacht schon. Alle Schädel. Alle... 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 Achso, ich bin hier in einem undefeierten Objekt. LOL. Das ist ein bisschen blöd. Man kann hier praktisch rumlaufen. Nein. Fuck. Bullshit. So, dann müssen wir nach hier, glaube ich. Hier ist die gelbe. Und hier war auch ein böser Gegner, das weiß ich noch. Hier ist ein Secret, das weiß ich auch noch. Aber den Gegner kommt man gut hier ausgedrückt. Man dürfte aber keinen Lärm machen. Dann kam der nämlich nicht. Ich glaube, es ist ein Spider-Mask. Quatsch. Äh, ein Dichter-Boomster. Whatever. Auf jeden Fall kommt der auf fast. Und wenn man keinen Krach macht, dann kommt der auch nicht. Was hat sich denn jetzt gerade verändert? Ach, dann hat sich der Secret überöffnet. Ach, wollte ich noch gar nicht. Ich ja nicht. Ah, genau. Soweit man da diese BFG aufsammelt. Weil... Ah, genau. So, jetzt darf man keinen Krach mehr machen. Und wenn man das nämlich schafft, dann... Ach, das wollte ich gar nicht. Ach, Mann. Ich wollte die Waffe wieder aufsammeln. Wot, äh. Oh, da hat man da noch was schickt wird. Habe ich die Waffe schütteln? Da kann ich die einfach nicht aufsammeln. Ach doch, die habe ich schon. Gut, dann lohnt es das natürlich nicht. Aber wie ist denn jetzt hier... Ah, doch, genau. Ja, aber sobald man jetzt nämlich hier schießt... Ich zeige das noch ganz kurz. Tadaa... Einmal ficken, bis der Arzt kommt. Ich komme ja gar nicht, komm, ich kann mal... ...den offiziellen Weg zumindest mal versuchen. Ist ja gar nicht so schwer, eigentlich. Ach so. Ach so. Und mehr. Nein, er hat mich voll umgebracht. Das werde ich dir niemals verzeihen, du Ruhe und Sohn. Na, die zieht mächtig Power. Aber ist auch dafür gut, ich meine... ...so ein schwarzes Loch ist schon nicht gerade ohne. Frag den Physiker aus der Nachbarschaft. So, jetzt haben wir alle Sculpe. Wir können uns jetzt also mal das Ende langsam nähern. Ist hier noch eine Tür? Ne, sieht so aus. Na gut. Daheim. Und da muss ich jetzt mal kurz hier mal gucken, ob ich sowas hier mache. Ich meine, wir haben jetzt für der relativ viel Munition hier überall rumliegen. Es würde sich also anbieten. Aber ich glaube, ich mache so ein bisschen die beiden hier. Was? Das wird der Linn noch? Ach, Alter. Jetzt hat der mich auch noch weggedrängt mit deiner Scheiße. Wo denn jetzt? Ah ja, das ist ja ein bisschen. Das ist das Butscher. Das ist ja das. Das ist ja das. Das ist ja das. Das ist ja das. das sieht gut aus jetzt gehen wir noch mal und holen uns mal die Munition die Munitiones und 54 ihr scheiß Brückeberger jetzt habe ich noch was ich habe ein Verlustgeschäft gemacht nein so ok jetzt gehen wir auf jeden Fall mal raus und werden mal ein paar Düten fahren bübeln oh Alter wo denn achso ok ich glaube ich bin zu nahm weiter weg weißt du Leute boah ich hätte mich immer noch mal alle nicht so künstliche auf irgendeine Munition sowas hatte ich immer so schön viele Munition aber man kann die nicht aufsammeln boah oh Alter was denn da weint mein Herz aber kann er nicht mehr oh war aber nicht gesund nein doch ich renne doch genau rein hat's ja wo denn bist du denn hallo bist du hallo hallo ach nö komm ernsthaft jetzt ist das denn ernst w du die die strad Oh, das war schon mal gar nicht so schlecht, speichern wir mal kurz, denn... Ah, ich will die haben! Oh, wochen geht der? Wo, 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 wo! Vixer! Ah, was schon mal haben! Das ist ja schon! Der Wiener Schreger! Ja! Ja, schau! Uäh! Äh, doch! Die sind jetzt auch gespielt! Und... Was ist noch die Arena? Gut! Also da hinten halt! Aber da gehen wir ja noch nicht hin! Aus gewissen Gründen! So! Ja! Wo ist denn jetzt? Oh, Alter! Ja! Oh nein! Aha! Ah, da oben! Von der Umhut geschossen! Ich dachte, hier unten steht eine die ganze Zeit immer rum! So wie der Impfer zum Beispiel! Oh, Alter! Wie fliege ich denn da oben! Halleluja! Komm mir vor, wie wir einen Sommerschlussverkauf Oh, leider ist noch kein Secret Betten ist Instant Kill Nein, ist es nicht Das ist echt Gratis-Munition Ich werde verrückt Wow Das ist so modern Gut, nein, das brauche ich nicht mehr Oh, Alter Warum nutzt du jetzt die große Waffe? Arschloch So, mit ganz viel Glück haben wir vor allem den schwarzen Loch Ich tu nur noch, muss erledigt Nein, natürlich nicht Oh, Alter Oh, ne, jetzt müssen wir das machen Das geht so gar nicht Das geht so gar nicht Äh Ja, warte ich wirklich So, ich hab jetzt eigentlich Äh, hab ich da oben nicht was vergessen oder Ach, da ist es bestimmt Fuck Ich muss nochmal da hoch Ja, ja, die wollte ich eigentlich auch gar nicht mitnehmen Ach, scheiß, ich wollte doch die Dinger benutzen Ach, Mann Ähm, von dem Dinger haben wir ja kaum noch was Äh, hier von den Von den Energie-Zelvizekon oder welche? Äh, das ist das Butschett Äh, das ist das Butschett Äh, egal, ohne Verletzter Das wäre nicht mal ein gutes Ergebnis Hä? Die Türen gehen hoch, aber hier verändert sich nichts Ich glaub, das ist gerade ein Grafikfehler Ich glaub, man reicht das Schutzfeld ab Oh Gott, ich merk schon, wie heiß wird Ah, der schmilzt So Und das war's dann auch schon Hä? Ach, Kacke Das war jetzt unschön Das war auch unschön Ja, komm Geht doch Perfekt So Das war's dann wohl mit dem vorletzten Level Tja, dann kommen wir gleich zum nächsten, also zum letzten Level Mal schauen, ob ich gleich erstmal Pause mache Mal gucken Dann 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 Ich bin da